Leif Kleiner Grauspiraten Hoho, Leif Kleiner Grauspiraten, herzlich willkommen noch einmal an meiner Witzaküste die dritte, übrigens schon und, äh, schon ist an meiner Witzaküste gewollt und schon rumdrei Witzaküste auch, für die dritte Witzaküste natürlich, wie das mal gut gelangt durch Kataren, äh, Kantantaren, nee, ta-ta-ra-ta-ra-ta Kantantaren-ten hmmm, das ist so schweigend, durch die Quarantäne zu kommen Voilà, so war's, das hat ein bisschen lang gedauert da sich das hier rauskommt Ähm, voilà, und ihr kennt doch schon den ersten Witz, Hi! De Pitti geht mit Zingerbomen an der Straße spazieren und du siehst du im Trottoir einen 10-Euro-Schein leuen und eine Spielsache neben drühen und du siehst du Pitti Hey, Boma, guck mal, guck mal, guck mal, was du im Boden leut! Sieht Boma, du darf ihn nicht vom Boden oprafen, da das knascht ist! Du siehst du weiter. Und du siehst du einmal ein bisschen mehr weit einen 100-Euro-Schein leuen an zwei Spielsachen und du Pitti siehst, oh, Boma, Boma, guck mal, guck mal, was du im Boden leut! Sieht Boma, Nies, ah, was du im Boden leut! der will nicht oprafen, da das knascht ist! Du siehst du weiter. Hey, kurz darauf, du siehst du einen 1000-Euro-Schein um den Boden leuen an ein helles Spielsachen. Sieht der Pitti nies, so, Boma, guck mal, was du im Boden leut! Ah, sieht Boma, was du im Boden leut! der will nicht oprafen, da das knascht ist! Und du siehst du weiter. Und du siehst Boma, und du siehst Boma, und du siehst Boma, und du siehst Boma, so, Pitti, Pitti, helf mir aufstehen! Sieht der Pitti, ah, der will nicht oprafen, was du im Boden leut, da das knascht ist! Oh, die Pitti, da das sehe ich da! Und der Pitti kennt euch schon den zweiten Witz. Der Pitti könnt ihr euch den ganzen Lachen denken. Und du fressen Herr Lehrer, Ja, Herr Lehrer, Zofi wird keinen Plastikshändchen. Der Pitti weiß der Antwort. Ja, Herr Lehrer, für die sich die Haarbete wäschen kann auch nicht das eine Haarbete kregen! Ja, Wieso soll ich sich den Haarbete waschen? Oh, Pitti, 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 Pitti! Und der Pitti kann auch schon meinen letzten Witz Der Pitti begann den Kerner matzend auf der Strasse einen Pinguin. Die Mutter geht bei der Polizei und fragt, was er machen soll. Oh, sagt der Polizist, was den Pinguin da gibt es an den Zoo zu gehen. Der Pitti sagt Merci und hier geht mein Pinguin fort. Daher begann der Polizist den Pitti an den Pinguin auf der Straße und der frede Polizist ganz fiehwitzig. Äh, wei dann, ich hatte gedacht, du wirst mit dem Pinguin an den Zoo gehen. Du seht der Pitti. Man dachte, du mach mal mehr. Gestern ist mit dem Pinguin an den Zoo gehen. Und heute gehen wir an den Kino. Ciao, kleine Piraten. Merdet gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn du dir am höchsten Pitta köscht vom Kapitän Mullenbootz bist du da hin. Merdet gut. Bleibt noch einmal da bannen. Wenn du unbedingt raus musst, dann mach dir mehr Masken. Ihr wisst mittlerweile. So. Ciao. Ciao!!!